Wussten Sie, dass Reisen möglich ist mit einem einzigen Wassertropfen? Ja, ab 2024 werden Sie sich in Freiburg dank einer nachhaltigen und lokalen Energiequelle fortbewegen können. Dem grünen Wasserstoff. Group E und die TPF haben sich für dieses innovative Projekt zusammengeschlossen, um die Energiewende zu beschleunigen. Ein beginnt mit dem Wasser des Schiffenensees, das den Strom liefert, der für die Produktion von Wasserstoff erforderlich ist. Dieser Wasserstoff speist wiederum die Ladestationen und die neuen Fahrzeuge der TPF. Wir müssen heute handeln, um die Zukunft von morgen zu gestalten. Eine nachhaltige Welt, die sorgsam mit der Natur umgeht. Für Ihr Wohlbefinden und das unseres Planeten. comumiej database der Indachs Süßens aus dem Rakuten 270 Bigаем cruise Müll 6 6